Wir haben keinen freien Wettbewerb. Das ist völliger Blödsinn. Wir haben eine komplett kartalisierte Wirtschaftsordnung. Man stellt sich mal vor, man würde jetzt aussteigen und sagen, nee, das, was hier in der Firma jetzt von mir verlangt wird, mache ich nicht mit. Und ich gehe jetzt zum Arbeitsamt. Und da würden viele Leute einfach schon total absteigen. Und darum gibt es ja auch die Obdachlosen in den Bahnhöfen, damit man sieht, was einem blüht, wenn man da aus diesem Zusammenhang aussteigt, aus diesem strukturellen Gewaltverhältnis. Diese ganze westliche Wertegemeinschaft ist leider eine ziemlich korrodierte Angelegenheit. Versteinert, vertrocknet und nicht mehr lebensfähig auch. Es ist sicher zwei Jahre her, als ich mit unserem heutigen Gesprächspartner erst mal die zwei Meter Sicherheitsabstand ausmessen musste. Allerdings kennen wir ihn schon länger, spätestens nach diesem Werk, das er 2019 geschrieben hat. Der Griff nach Eurasien. Und vielen Dank, lieber Hermann Klopper, dass du uns heute die Gelegenheit gibst, hier bei uns im Studio nochmal die alten, vielleicht höchst aktuellen Thesen aufzugreifen. Gerne. Mit einem gewissen Update in die heutige Zeit. Und ja, im Vorgespräch haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mal versuchen wollen, im größeren Rahmen zu spannen über die Brandstellen und das Risiko eines Dritten Weltkriegs. Ja, das ist in der Tat nicht witzig, was da auf uns zukommt. Es ist so, dass es eigentlich niemanden gibt unter den großen Spielern, die jetzt deeskalierend wirken und natürlich ist das auch ein buchstäblich Bombengeschäft. Das wollen wir auch nicht vergessen, dass dahinter also letzter Hand große Finanzkonglomerate wie Black Rock stehen, die in sämtlichen Rüstungskonzernen natürlich ihre Anteile drin haben. Und natürlich eben auch großes Interesse haben, dass möglichst viele Seiten gegeneinander kämpfen, dass auch viel Kapital sozusagen akkumuliert wird. Ja, man kann ja mit Waffen gut Geld verdienen. Ich habe gehört, die westlichen Munitionslager neigen sich bedenklich nach unten und es muss neu aufgebaut werden. Dringend, ja. Selbst unmittelbar in der Ukraine sollen Waffenfabriken entstehen, wo die Bundesrepublik Deutschland die Haftung dafür übernimmt. Rheinmetall, Panzerfabrik. Mal sehen, wie viele Minuten die steht nach der Eröffnung. Genau. Und da haben wir dann auch so eine Staatsräson, eine neue hinzustellen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wahrscheinlich sind wir dazu verpflichtet, ja. Okay. Es ist halt so, dass das ja schließlich bei solchen heißen Kriegen mal endlich die Kampftauglichkeit der Waffen auch zertifiziert werden kann. Also es gibt ja diese internationale Waffenmesse IDEX in, ich glaube, Abu Dhabi. Einmal im Jahr im Februar. Und dort bekommen die Waffen auch alle ein Zertifikat Combat Proven, also Kampferprobt. Das wird wahrscheinlich für Rheinmetall und für Leopard-Panzer in diesem Jahr, also im nächsten Jahr bei der nächsten IDEX nicht so erfreulich, wie man sich vorstellen kann. Deswegen sind auch die Abrams-Panzer noch nicht so richtig im Einsatz, weil das Zertifikat, wenn man das dann nicht vorweisen kann und jeder weiß, dass diese Panzer also ganz leicht zu knacken sind, dann ist das Geschäft schon ganz schön verdorben. Das wäre doch mal ein neues Geschäftsfeld für die Stiftung Warentest, oder? Nein, also Spaß beiseite, es sterben Menschen und wir wollen nicht, dass Krieg geführt wird. Ja, so ist es. Aber es zeigt diesen Wahnsinn, in dem wir derzeit leben. Der Zynismus, der dahinter steckt. Und es wird ja immer über Politiker gesprochen, über Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen sind ja die Profiteure. Das war immer so, das war im Ersten Weltkrieg so, im Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Man wusste, man wollte diesen Zweiten Weltkrieg machen, durchführen, aber damit auch alle Kombatanten dann nicht plötzlich aufgeben müssen wegen Insolvenz, wie im Ersten Weltkrieg Frankreich oder England fast hätten aufgeben müssen, wenn die Amerikaner nicht gekommen wären. In diesem Falle hat man dann die Bank für internationalen Zahlungsausgleich im Jahr 1930 gegründet. Und tatsächlich im Zweiten Weltkrieg saßen dann jeden Monat die Vertreter der Zentralbanken sämtlicher Länder, also Freund und Feind, Achsenmächte wie Alliierte, einträchtig in Basel zusammen und haben dafür gesorgt, dass jede kriegsführende Nation auch tatsächlich immer genug mit Geld bestückt war. Und der Krieg tatsächlich bis zum bitteren Ende 1945 durchgeführt werden konnte. Also der Geldmarktplatz zur Verlängerung des Leidens, zur Verlängerung des Verdienens, ausgerechnet in der Schweiz? In der neutralen Schweiz, jawohl. Okay, wer hat denn da damals den Anstoß gegeben, sowas zu machen? Ich meine, es ist in der Schweiz und damit denkt ja jeder, das ist neutral oder pipapo. Aber inwieweit macht sich die Schweiz da mitverantwortlich oder ist es nur einfach der Standort und jemand anders führt? Also es ging ja darum, dass man einen Ort hatte, der nicht irgendwie in die kriegerischen Handlungen verwickelt wird. Also dass man in Ruhe über Krieg diskutieren kann. Ja, ja, genau. Und es war eben 1930 gegründet worden von Yalma Schacht, dem damaligen deutschen Reichsbankchef, dann Montague Norman, dem englischen Zentralbankchef und Owen D. Young, also einem Bankier, der auch den Namen gegeben hat für den Young-Plan damals, und von J.P. Morgan, der damals führenden Bank in den USA. Und das wurde dann eben ausgeweitet, bis eben diese ganzen, bis alle kriegsführenden Parteien dann da mit beteiligt waren. Chef war Thomas McKittrick, auch ein amerikanischer Wall-Street-Bankier. Und das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Also wenn man jetzt über Putin redet oder über Xi Jinping oder Biden, das sind sozusagen die Gestalten, die jetzt nach außen hin, also bei Putin sehe ich es jetzt etwas anders, aber bei der westlichen Wertegemeinschaft auf jeden Fall, sind das Persönlichkeiten, die ja einfach auch ein bisschen den Blick ablenken sollen von den Leuten, die wirklich, sage ich mal, diese geschäftlichen Vorgänge da managen, dass so ein Krieg auch wirklich profitabel durchgeführt werden kann. Profitabel. Du hattest ja schon dieses Wort Bombengeschäft. Ja. Bombengeschäft. Genau. Und du hattest auch gerade noch mal über die westliche Wertegemeinschaft gesprochen und Putin ein bisschen ausgenommen. Genau. Kannst du mir mal die westlichen Werte erklären? Ja, westliche Werte, das ist drollig. Also westliche Werte, das sind natürlich alles so diese PR-Begriffe wie werteorientierte oder regelbasierte Weltordnung, die im Grunde heißt, dass die Regeln, die die USA oder Großbritannien, definiert haben, weltweit gültig sind und zu befolgen sind. Das bedeutet, eine formale Demokratie, alle vier Jahre sein Kreuzchen irgendwo machen und wie wir sehen jetzt in 70 Jahren Bundesrepublik, wo dann trotzdem die Politik sich nicht entscheidend ändert. Das heißt im Negativen gesehen natürlich, dass wenn jetzt in Afrika oder in Asien auf andere Weise ein Konsens über politische Entscheidungen getroffen wird, das dann natürlich undemokratisch ist. Und ja, aber das, was wir machen, ist, ist, ja, das ist halt auch, jetzt würde ich mal sagen, ein ziemlich versteinertes und grotesk gewordenes Wertesystem, was sicher auch mal seine Bedeutung hatte oder seine Integrität als nämlich die Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert oder die Arbeiterbewegung oder das Bildungsbürgertum tatsächlich Werte geschaffen haben, die aber dann sozusagen irgendwann durch die enorme Machtkonzentration zur Phase geworden sind. In dem Moment, wo nicht dezentrale Machtzentren in einem Staat sich gegenseitig ein bisschen korrigieren und kontrollieren, ist das Ganze zur Phase geworden, genauso wie die Phrase von dem freien Wettbewerb. Wir haben keinen freien Wettbewerb. Das ist völliger Blödsinn. Wir haben eine komplett kartalisierte Wirtschaftsordnung, in der, man sieht es doch beim Benzin zum Beispiel, wo alle nur geringfügig differierend den selben Teuerungsschub machen oder dieselbe Preissenkung oder man geht zu Aldi oder zu Lidl und überall sind dieselben Artikel zum selben Preis. Es gibt keinen freien Wettbewerb mehr, nur noch vielleicht in der mittelständischen Wirtschaft. Die dürfen sich da noch abrackern in einem vernichtenden Unterbietungswettkampf, aber die wesentlichen wirtschaftlichen Prozesse sind kartellisiert und abgesprochen und das kann natürlich auch nicht förderlich sein für eine demokratische Ordnung. Das heißt, freier Wettbewerb oder freier Wettstreit der Meinungen, freier Wettstreit der Richtungsentscheidung, das alles ist mittlerweile zur Phase geworden. Das war nicht immer so, muss man deutlich sagen. Es ist heutzutage so, dass wir in einer stark monopolisierten, kartellisierten Welt leben. Das betrifft eben auch, wenn man jetzt sagt, wir können ja hier, das beste Argument soll gewinnen in Deutschland oder so, durch Wahlen, durch Abstimmung, ist einfach nicht, weil die Entscheidungen werden von PR-Agenturen getroffen, im Auftrag von großen Investmentbanken und ihren Denkfabriken und das wird dann runtergereicht an PR-Firmen und dann weitergereicht an Politiker, dass die das dann vermitteln. Und dann entsteht, meinetwegen vielleicht durch die beliebten Talkshows, der Eindruck, hier gäbe es irgendwelche grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten, aber alle sind eigentlich im selben Diskursraum und es gibt keine wirklich, also Leute, die nicht in diesen Diskursraum sind, kommen da auch gar nicht rein. Das heißt, diese ganze westliche Wertegemeinschaft ist leider eine ziemlich korrodierte Angelegenheit, versteinert, vertrocknet und nicht mehr lebensfähig auch. Ja gut, diese regelbasierte Ordnung, du hast es ja schon beschrieben, die wurde im Prinzip definiert oder vorgegeben, wie auch immer von der USA und Großbritannien, auf einer internationalen Ebene sozusagen. Theoretisch muss doch dem niemand folgen. Theoretisch? Ja, aber dafür hat man ja seine Durchsetzungsorgane. Also die mit dem Bombengeschäft? Ja, das ist natürlich nur die allerextremste Form. Also ich sage mal, der Krieg findet ja jeden Tag statt im Alltag und allein meinetwegen ein Arbeitsverhältnis ist ja im Prinzip genauso autoritär wie beim Heer. Und ja, das ist, worauf wolltest du nochmal genau hinaus? Nein, es ging darum, ich meine, ich kann ja eine Regel aufstellen, egal wie ich die jetzt nenne. Aber wenn ich die aufstelle, ist die doch für dich nicht verbindlich. Ja, sie ist verbindlich dadurch, dass wenn du da aussteigst, natürlich das existenzielle Risiko auf dich nehmen musst. Und das ist für die allermeisten Menschen viel zu groß. Also im Prinzip Erpressung? Ja, also jeder, fast jeder ist verschuldet. Fast jeder hat irgendwelche Kreditverträge abzustattern. Das ist strukturelle Gewalt. Jeder muss eine Familie irgendwie Flügge machen. Und ja, man stellt sich mal vor, man würde jetzt aussteigen und sagen, nee, das, was hier in der Firma jetzt von mir verlangt wird, mache ich nicht mit. Und ich gehe jetzt zum Arbeitsamt. Und da würden viele Leute einfach schon total absteigen. Und darum gibt es ja auch die Obdachlosen in den Bahnhöfen, damit man sieht, was einem blüht, wenn man da aus diesem Zusammenhang aussteigt, aus diesem strukturellen Gewaltverhältnis. Genau. Und jetzt dieses Bild, das du gerade gezeichnet hast, mit dieser strukturellen Gewalt und mit den abschreckenden Beispielen, um die anderen wiederum bei der Stange zu halten, die wollen wir jetzt mal von dieser kleinen Ebene auf die ganz große Ebene nehmen. Ganz genau. So, auf die ganz große Ebene. Und es gibt ja da auch Parallelen in der Vergangenheit. Vielleicht willst du für unsere Zuhörer mal die Entwicklung, so mit den wesentlichen Bausteinen, muss nicht äußerst ausführlich sein, das kann man sich dann auch noch selber erarbeiten, sonst sprengen wir hier den Rahmen. Ja. Die Entwicklung vor dem Ersten Weltkrieg, dieser aufstrebende Staat, das Deutsche Reich, auch wirtschaftlich aufstrebend, Großbritannien als die damals dominante Seemacht, Weltmacht, wie auch immer. Beschreib das doch mal und dann versuchen wir das mal mit der heutigen Zeit ein bisschen in Übereinstimmung zu bringen, ob es dort ähnliche Entwicklungen gibt. Also du meinst, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist? Ja. Ja, das ist so. Also jetzt lassen wir mal die Geschichte hier mit dem Terroranschlag und sowas weg, sondern davor gab es ja eine wirtschaftliche Entwicklung. Bagdad-Bahn, wirtschaftlich aufstrebendes Deutsches Reich und so weiter. Ja, ja, die ganz große Linie kann man nachlesen bei Helford Mackinder, dem englischen Geopolitiker und Geostrategen. Der hat 1904 einen Vortrag vor der Royal Society in London gehalten, was dann auch gedruckt wurde und weite Verbreitung fand. Darin hat er festgestellt, England war bis zu dem Zeitpunkt der Platzhirsch in der Weltpolitik, einfach aufgrund dessen, dass England die größte Flotte hatte. Weil man muss sich mal vorstellen, damals war tatsächlich die Seefahrt die schnellste und reibungsloseste Form der Fortbewegung. Und das betraf eben sowohl den Transport von Gütern wie auch den Transport von Kriegsgeschirr in alle Ecken der Welt. Und von daher war England in der Lage, die ganze Welt zu kontrollieren, sagt Mackinder. Aber jetzt kommen Automobile und Eisenbahnen dazu. Und das bedeutet, dass jetzt auch die kontinentalen Staaten, die nicht an die Häfen angeschlossen sind, eine Chance haben, sich zu großen Mächten zu entwickeln. Also er hat da besonders Russland und Deutschland im Blick und sagt, England wird auf die Dauer mit der Seemacht nicht mehr in der Lage sein, die Welt weiterhin so zu kontrollieren. Das heißt, es kommt jetzt darauf an, wenn man dann auch die kontinentale, die eurasische Kontinentalplatte haben will, einen Subunternehmer quasi in diesen Kontinentalländern zu finden, der das für sie macht, der für sie quasi diese Kontinentalflächen unter Kontrolle hält. Damals hat man an Frankreich in erster Linie gedacht. Und das war so der ganz große Blick. Und da hat man natürlich Deutschland als den Herausforderer schlechthin gesehen. Die USA übrigens auch. Die USA war ja auch aufstrebend, aber noch nicht Nummer eins. Und da gab es 1907 auch schon ein Buch, America's World Power, in dem bereits gesagt wurde, dass Deutschland der größte Rivale der USA ist, wenn es jetzt um die Erbschaft der englischen Vorherrschaft geht. Und nun sehen wir, dass Kaiser Wilhelm II. gerade aufgrund dieser Schriften von verschiedenen Geostrategen dann auch sehr viel Wert gelegt hat auf die Entwicklung einer Marine. Und das empfanden die Engländer natürlich auch als grenzwertig. Aber viel wichtiger war, dass bereits im Jahre 1900 Deutschland Großbritannien an Wirtschaftskraft und Wirtschaftsmacht überholt hat. Und nun entwickelte sich das so, dass eben Großbritannien, wie gesagt, einen Subunternehmer suchte auf dem Festland. Und da gab es ja Verschoder-Krise. Da wären fast Großbritannien und Frankreich kriegerisch aneinandergeraten. Das hat man 1904 auch in dem selben Jahr durch die Entente Cordiale, durch das herzliche Einvernehmen zwischen Großbritannien und Frankreich sozusagen ad acta gelegt. Und seitdem waren das dann Verbündete, die sich jetzt zusammentaten. Frankreich hatte ja ein triftiges Motiv, war ja nicht gerade mit Samthandschuhen von Deutschland angefasst worden, im Krieg von 1870, 1870, 1871. Und da gab es also eine Oberschicht von äußerst rachsüchtigen und militaristisch eingestellten Leuten in der französischen Elite. Und das passte gut zusammen mit den englischen Interessen. Und dann haben die in der Tat jede Gelegenheit genutzt. Also der Kaiser Wilhelm wurde als großer Provokateur, das war sozusagen der Putin jener Jahre, als Bösewicht, als Inkarnation allen Schlechten und Bösen beschrieben in der einschlägigen westlichen Presse. Und ich sage mal, dieser Vorfall, es bedarf dann solcher Anlässe, die auch eher PR-mäßig sind, also Public Relation tauglich sind, wie eben den Anschlag des serbischen Studenten, dessen Namen ich jetzt gerade nicht präsent habe, in Sarajevo, auf den Thronfolger Franz Ferdinand von Österreich, Österreich-Ungarn. Kaiser Wilhelm hat damals gesagt, Leute, das ist keine Sache für irgendwelche Armeen, das ist eine Sache, die Polizei und Geheimdienste regeln müssen. Und der wurde so unter Druck gesetzt, auch von der deutschen Waffenlobby, die wiederum auch schon international vernetzt war und jede Gelegenheit genutzt hat, Deutschland in diesen Krieg reinzubringen. Und daraus entstand quasi aus dieser Kleinigkeit, verhältnismäßigen Kleinigkeit, der Erschießung eines Individuums, dieser Krieg. Und im Nachhinein hat man dann ja Deutschland die Alleinschuld zugeschustert. Jeder weiß, dass das, selbst Christopher Clark, dieser brillante Historiker, hat das mittlerweile längst zurückgenommen in seinem Buch Die Schlafwandler, wofür er dann wiederum die Serben zu den Schuldigen, also Entschuldigen muss es in dieser angloamerikanischen Erzählung immer geben, hat dann gesagt, die Serben waren es, die wollten den Krieg. Aber in Wirklichkeit war es so, dass es ein international profitables Geschäft war, wie nämlich 1936 im Kongress Untersuchungsausschuss unter Gerald Nye eindeutig dokumentiert wurde. Da wurden die ganzen Fakten zusammengetragen, wie die Völker gegeneinander gehetzt wurden, indem sich die Rüstungskonzerne die Zeitungen kauften, bei beiden Seiten und die gegeneinander gehetzt haben. Das erinnert mich an 2005 Europameisterschaft, wo in Polen gegen die Deutschen schlechthin gehetzt wurde und Deutschland gegen die Polen schlechthin. Beide Zeitungen gehörten dem Axel-Sprenger-Verlag und da sieht man das also geradezu idealtypisch, wie sowas funktioniert. Ich möchte mal aufgreifen, du hast gesagt, es muss ja ein Schuldiger her, einen Schuldigen braucht es immer. Jawohl. Gäbe es keinen Schuldigen, wäre das das Ende dieses Geschäftsmodells? Also, ich sage mal so, es ist ja, das haben die Amerikaner ja auch dann erkannt, weil die mussten dann ja im Ersten Weltkrieg in die Bresche springen, weil, wie ich schon sagte, Frankreich und Großbritannien hatten sich bis hierhin verschuldet bei einem Bankenkonsortium JP Morgan in den USA und das Geld war aber 1917 verbraucht und die waren jetzt insolvent und jetzt musste die verfaulten Kredite von JP Morgan mussten gerettet werden, also mussten die USA von 0 auf 100 auf einen Kriegsmodus, auf einen Kriegstaumel gebracht werden, um dort Soldaten dazu zu bringen, ihr Leben in Europa zu lassen. Okay, okay. Du hast es vorher schon mal beschrieben, ich will es hier nur noch mal einfügen, ja, es gibt diese Profiteure, jawohl, dann gibt es diese PR-Abteilung und das wird dann als Auftrag an die Politik weitergereicht. Genau, also das war diese Geschichte, die USA als Staat sozusagen in den Krieg getreten als ausführendes Organ dieser Mächte. Also, um das nochmal deutlich zu machen, aber jetzt ergeben sich für mich, wenn ich das alles höre, unwahrscheinlich viele Parallelen. Du hast es beschrieben mit der Seemacht, die jetzt Angst hatte, dass zum Beispiel durch eine Bagdad-Bahn, also sprich eine Eisenbahn, sich irgendwas formiert und zusammen entwickelt, was möglicherweise durch eine Seemacht nicht mehr zu bremsen ist. Parallele Seidenstraße. Wobei die Seidenstraße, die die Chinesen quasi auch machen, um wirtschaftlich sich zu vernetzen und möglicherweise ein großes Gebilde aufzubauen, was dann den Seemächten, heute USA, auch außer Kontrolle gerät. Zweitens, Seemacht damals, es wird als feindlich erachtet, wenn jetzt das Deutsche Reich auch irgendwie eine Seemacht haben will. Ich glaube, damals war ja auch der Ursprung dieser Schaumweinsteuer zur Finanzierung dieser Seemacht. Also Seemacht haben wir nicht mehr, aber Schaumweinsteuer glaube ich, haben wir immer noch. Aber wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, ich erinnere mich, also Gedankensprung, Atomwaffensperrvertrag. Wir haben Atomwaffen, ihr dürft nicht. Damals, wir haben Seemacht, ihr dürft nicht. Also tun sich unwahrscheinlich viele Parallelen auf für mich und ja, kommen wir mal ein bisschen in die heutige Zeit. Machtstruktur hast du ja schon beschrieben, dass du die nicht bei den Regierungen und bei den Staaten vor Ort ist, sondern darüber. Zumindest was den Westen betrifft. Was den Westen betrifft. Das ist nämlich interessant. Wir müssen sicher dann nochmal differenzieren. Ich will jetzt erstmal die Parallelen ziehen, weil Überschrift über dem heutigen Gespräch ist ja Risiko eines weiteren Weltkrieges. Jawohl. Okay. Gehen wir mal heute. Wer ist die Aufstrebende Macht? Wer ist die, die in Gefahr gerät? Mit welchen Mitteln sollen die Aufstrebenden Mächte eingehegt werden? Vielleicht steigen wir mal so ein. Naja, das kann mittlerweile glaube ich jedes Kind sofort sagen. Also nur die Kinder, die Eingeschenk TV und unsere Kollegen hören, weil die im Mainstream können das noch nicht und deswegen machen wir diese Sendungen. Also wenn euch das gefällt, wenn das das Weltbild größer macht für euch, bitte verteilt das kräftig, haut uns was in die Kasse, damit wir weiter für euch liefern können. So entschuldige ich, das Wort gefallen, aber das passte jetzt hierher. Also jedes Kind weiß, dass China der Herausforderer ist und USA der Platzherrsch, der Champion. Und wenn wir es jetzt mal ein bisschen feingliedriger sagen, ist es so, früher gab es ja diese Konfrontation, die angebliche zwischen USA und Sowjetunion, also die Nachkriegsordnung, die regelbasierte Ordnung bestand ja auch darin, dass es eine UNO gibt, die in New York sitzt. Ihren Sitz hat auf dem Grundstück das Rockefeller gehört und das ganze Interieur ist ebenfalls Eigentum von Rockefeller, dass man als kleine unerhebliche Nebenbetrachtung jedenfalls Aber dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, kommt man sofort ins Gedächtnis. Man hat sich ja immer wieder auch erfrecht, dann gewisse Leute nicht in die USA einreisen zu lassen, die da eigentlich sprechen sollten, vornehmlich iranische Politiker davon mal ab. Es gab dann eben die Welthandelsorganisation, die jetzt WTO ist, damals GATT. Es gab, es gibt immer noch den Internationalen Währungsfonds, der quasi den Leuten, den Ländern, wenn sie klamm sind, Kredite gibt und die Weltbank, die eben im Sinne westlicher Wachstumsmodelle auch bestimmte Großprojekte fördert und dieses ganze Netz, was total verfeinert ist. Das ist quasi die westliche Ordnung, die eine ganze Zeit lang über den ganzen Globus auch akzeptiert und angenommen war. Und dann haben wir natürlich die letzten zwei Jahre auch ausführlich uns beschäftigt mit der Weltgesundheitsorganisation. Bevor wir noch mal das System näher beschreiben, diese ganzen sogenannten Weltorganisationen, da wird ja der normale Mensch denken, naja, das ist ja schon irgendwie international und demokratisch gewählt und was sagst denn du dazu? Ja, ich meine, betrachten wir den Weltsicherheitsrat, also der ist eigentlich noch auf dem Stand von 1945 eingefroren. Da sind ständige Mitglieder die damals mächtigen Staaten, also USA, Frankreich, Großbritannien und China. Damals aber auch nur Taiwan und nicht Volksrepublik China. Und dann gibt es ja noch etliche fluktuierende Mitglieder, die für ein Jahr drin sind und dann wieder raus sind. Und natürlich müsste da schon mal eine massive Anpassung an heutige Verhältnisse stattfinden, aber es ist immer noch diese bestimmte Szene, die meint, dass sie der Welt vorschreiben muss, was sie zu tun und zu lassen hat. Da fängt schon mal an. Kleines Beispiel von vielen. Ja, also wenn man nur einen Hauch von demokratischem Verständnis hätte, dann müssten ja die Stimmgewichte in der Weltorganisation, welche auch immer das ist, ja, ich sage jetzt mal auch die Einwohnerzahl des entsprechenden Landes repräsentieren. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, also es ist ja der Unterschied, es gibt ja zwei Liga, Ligen sozusagen, die Oberliga, das ist der Sicherheitsrat und das Witzige ist, die Beschlüsse, die dort getroffen werden, sind bindend. Die, dann gibt es die Beschlüsse der Unterliga, das ist die UN-Vollversammlung. Dort sind tatsächlich, hat Tonga oder Nauru genauso viel Stimmrecht wie die USA. Also da ist sozusagen zumindest eine demokratische Also das ist so das Vorbild auch für die EU, ne? Ja, oder für den Senat, US-Senat, der ist auch so, nicht nach Bevölkerungszahl, sondern einfach die Staaten, jeder Staat, US-Bundesstaat, entsendet einen Senator. So, die sind aber jetzt eben bindend und die Beschlüsse, die dort getroffen werden und in der UN-Vollversammlung, das ist nicht bindend. Also was die jetzt alles beschließen, also die letzte Resolution, sofortige Ende der Kriegshandlung in Gaza, klingt schön, ist aber formschön und absolut zweckfrei. Das heißt, es hat keinerlei Konsequenzen, ist nicht bindend. Trotzdem ist es natürlich beachtlich, dass sich insbesondere Deutschland der Stimme enthalten hat. Es sollte ja ein humanitärer Entschluss sein, Stopp der Kriegshandlung. Ja, Stopp der Kriegshandlung und damit dann überhaupt die ganzen Rettungsorganisationen, die international anerkannten. Wie kann sich eigentlich Deutschland erdreisten, sich da bei so einer humanitären Resolution der Stimme zu enthalten? Es ist ja schon sensationell, dass Deutschland nicht dagegen gestimmt hat wie viele andere Länder. Also USA, Israel aber auch. Man merke auf, alle Orban-Fans jetzt Ohren gespitzt, auch Ungarn hat dagegen gestimmt. Und das ist natürlich, ja, wie kann man das machen? Und dann etliche, eben auch diese ganz kleinen Pazifik-Inseln, Nauru und Tonga und Fidschi haben dagegen gestimmt. Da kann man sich vorstellen, dass die vielleicht, dass da ein bisschen finanziell nachgeholfen wurde. Auf jeden Fall, Deutschland konnte sich das jetzt nicht leisten, dagegen zu stimmen. Also es gab eben auch einen internen Zusammenschiss von Frau Baerbock durch ihre eigene Ministerialbürokratie. Das Magazin Telepolis hat dieses Papier veröffentlicht, wo die Ministerialbürokraten sagen, also wir können hier nicht so in dieser Art eskalieren. Wir vermissen hier ein bisschen die Ausgewogenheit, die eigentlich zum diplomatischen Dienst gehört. Und das hat sich eine Rolle gespielt. Da ist also sozusagen Frau Baerbock mit den Facts of Life mal ein bisschen konfrontiert worden. Ja, Deutschland ist ja de facto da tief verwickelt. Wir wissen ja, Frau Merkel hat es ja gesagt, für Israel zu sein, bedingungslose Unterstützung für Israel ist Staatsräson. Und viele andere Politiker haben das auch gesagt. Und das steht natürlich so nicht in der Verfassung und wird sicher der Komplexität der Palästina-Frage in keiner Weise gerecht. Vielleicht gehen wir hinten raus nochmal auf die Rolle Deutschlands. Staatsräson ist natürlich auch so ein Ding, was uns brennend interessiert. Aber erstmal die Entwicklung in Israel selbst und dann vielleicht auch die Entwicklung in der Ukraine, die jetzt scheint durch diesen neuen Konflikt irgendwie in Hintergrund, in Vergessenheit zu geraten. Und das nochmal in überall in Stimmung mit der großen Bewegung. das ist eigentlich was wir mal darstellen wollen heute, weil das sind ja keine, das sind ja Ursachen einer größeren Bewegung, die wir feststellen. Das ist ja nicht, dass jetzt eine Rakete von A nach B geflogen ist, das ist ja nicht der Auslöser. Das ist ja bereits eine Folge einer größeren Bewegung. Es geht um die größere Bewegung und die Frage ist, was ist Ursache, was ist Wirkung, was ist Folge und so weiter. Du hattest ja schon 2019 mit dem Griff nach Eurasien im Prinzip eine Bewegung beschrieben. Wie ordnest du, also erstmal wie sieht die Bewegung aus und wie ordnest du den aktuellen Konflikt im Nahen Osten in diesem Sinne ein? Ja, es ist so, dass eben da geht es ja um den Griff nach Eurasien und da ist ja auch China dazugehörig und es ist so, dass ja nach der Annäherung zwischen USA und China, der Volksrepublik China, durch Kissinger, das war ja natürlich ein Geniestreich, das muss man sagen, China zunächst die Rolle eines Subunternehmers für die USA eingenommen hat, das heißt, all die dreckige Industrie wurde aus den USA nach China verlagert, wesentlich billiger, damit konnte man in den USA auch dann die sinkenden Löhne ausgleichen durch billige Importe aus China. Finanziert wurde das natürlich, bezahlt wurde es von den Amerikanern eigentlich nicht, sondern China kaufte, damit die Amerikaner das trotz ihrer Verschuldung sich leisten können, amerikanische Pfandbriefe. Staatsanleihen. Staatsanleihen und so gigantisch, dass mittlerweile zwischen den beiden eine diffizile Beziehung besteht, würde China jetzt diese mittlerweile noch 800 Milliarden Dollar Pfandobligationen der USA auf den Markt schmeißen, dann wäre das natürlich für China verloren, aber die USA wären auch erledigt. Das heißt, die USA sind als Schuldner eigentlich too big to fail. Also ihr möchtet es mal ein bisschen griffiger darstellen. Also die USA haben in China eingekauft, ja, billige Waren, so und anschreiben lassen. Und anschreiben lassen. Und anschreiben lassen. Genau. Und inzwischen ist es so, dass die USA so viele haben anschreiben lassen, dass die mehr oder weniger pleite sind. Ja. Und die Chinesen wurden im Dilemma stehen, wenn sie sagen, so Kohle auf den Tisch, dass die USA pleite werden. Ja. Und das ist diese diffizile Geschichte. Jawohl. Und das ist natürlich auch für China ein prima Hebel, um die USA ein bisschen zu bremsen. Auf jeden Fall das, was die USA in ihrer Überheblichkeit nicht beachtet haben, dass China natürlich eine uralte Kulturnation ist, die einen ganz klaren Plan hatte, um wieder auf die Beine zu kommen. Ein Entwicklungsmodell und was beinhaltet, dass sie eben nicht länger sich mit billig Waren abgegeben haben, sondern mittlerweile wahrscheinlich die raffiniertesten und anspruchsvollsten technologischen Produkte auf der Welt herstellt und zudem sich dabei auch noch durch die Stärkung ihres eigenen Binnenmarktes schon 2017 laut Angaben des IWF zur größten Wirtschaftsmacht der Welt, wenn man die ganzen Aktien- und Börsenluftnummern rausnimmt, ist China schon seit 2017 anerkanntermaßen die größte Wirtschaftsnation der Welt. Genau. So, und da sehen wir doch wieder Parallelen zu Deutschland als Herausforderer von Großbritannien. Genau, und das ist immer die Frage, wie man die Größe einer Wirtschaft bemisst. Du hast gesagt, ganze Spekulationsnummer mal rausgenommen, Kaufkraft bereinigt. Genau. Selbst wenn jetzt ein Chineser weniger verdient als beispielsweise ein US-Amerikaner im Durchschnitt, kann sich der Chineser in China aufgrund dessen Preisniveaus trotzdem mehr leisten. Ja. Also das ist eigentlich die realwirtschaftliche Seite. Und von daher, das ist schon lange so, seit 2017. Und ja, jetzt kriegen die USA da eben so langsam Panik in dem Moment, wo seit 2015 die Chinesen zum IWF ein Gegenmodell haben, die Asiatische Infrastruktur Investitionsbank Shanghai Corporation und dazu sozusagen eine eurasische NATO aufbaut und die BRICS-Staaten mitinitiiert und eine Freihandelszone um sich geschart hat, die in sich geografisch homogen ist und damit diese TTIP-Alternative für den pazifischen Raum der USA im Prinzip zur Makulatur gemacht hat. Das heißt, China weiß, die chinesische Führung weiß, sie haben eigentlich eine, sie müssen eine Überakkumulationskrise vorbeugen, indem sie rechtzeitig sich, wie beim Marshallplan der USA, rechtzeitig einen Außenmarkt bildet, auf dem dann dieses mehr an Produktionskapazitäten auch tatsächlich abgeladen werden kann. Also sie brauchen Absatzmärkte. Genau. Und das ist im Prinzip das, wo es für die USA jetzt eng wird, wenn jetzt vor kurzem eben sich bei den letzten Treffen in China 130 Staats- oder Regierungschefs versammeln. Die stehen ja Schlange bei den Brixner und die können die bürokratischen Aufnahmerituale gar nicht so schnell vollziehen, wie es vielleicht gewünscht wäre. Ja, man muss ja auch sehr genau überlegen, wen man da hat. Also Frankreich wollen sie nicht dabei haben. Nein, tatsächlich hatte Macron schon da mal sowas durchblicken lassen, dass Frankreich auch dem BRICS beitreten würde. Ja, das sind natürlich Sachen, wo jetzt auch weltweit Konkurrenzstellen entstehen, Brandstellen, wie im Ersten Weltkrieg, wo sich die beiden begegnen und an einigen Stellen wird es heiß. Die USA wissen genau, wirtschaftlich sind sie am Ende, aber sie haben immer noch das weltweit größte Militär, zumindest nominell. Man kann auch noch darüber sprechen, wie weit das ein Papiertiger ist. Dann haben sie eben noch, auf jeden Fall sind sie Weltmeister im Intrigieren, also heißt mit Geheimdiensten, Regierungswechsel in fremden Ländern ermöglichen oder eben auch schmutzige Jobs mal jemanden erledigen. Es ist ihnen gelungen, den charismatischen pakistanischen Politiker Imran Khan von der Macht zu verdrängen durch unblutige Methoden, woanders fallen eben Leute dort um, aber man kommt eben in Zentralafrika, kommt man an seine Grenzen und jetzt im Mittleren Osten sehen wir ganz deutlich eine Begrenzung. Vorher haben wir es im Ukraine-Krieg schon gesehen, wo eben die NATO gedacht hat, also sozusagen das große periphere Instrument der USA, militärische Instrument, die hatten gedacht, dass sie im Spaziergang mal eben die Ukraine so weit aufpampern können, dass die dann gegen Russland einen Schlag führen können, eine Niederlage. Ja, und diese Geschichte dem Intrigieren und so weiter, vielleicht noch mal ganz kurz deine Einschätzung zu dem Umbruch damals unter dem Begriff Maidan, inwieweit hatten dort die Amerikaner auch Einfluss ausgeübt? Das kann man natürlich letzter Hand immer erst Jahrzehnte später so richtig nachweisen, wenn zum Beispiel nach dem amerikanischen Aktenöffnungsgesetz sage ich mal, dann jeder das nachlesen kann, was da geheim abgekaspert wurde, aber es ist ersichtlich, dass die USA und auch England und Kanada faschistische Kräfte oder neonazistische Kräfte in der Ukraine eigentlich die ganze Zeit am Laufen gehalten haben, die dann dort entscheidend bei diesem Putsch am Maidan beteiligt waren. Aber das widerspricht natürlich auch dem niedergeschriebenen Völkerrecht, auch die Einmischung interner Angelegenheiten sind zu unterlehrlich. Aber da gibt es ja diese Sonderstellung außerhalb der Gerichtsbarkeit auch der USA. Der amerikanische Exzeptionalismus sind ja auch nicht im internationalen Gerichtshof. Also alle Menschen sind gleich, aber Amerikaner sind gleich. Alle Schweine sind gleich, einige Schweine sind gleich. Naja, gut. Und das war jetzt nur, dass wir die Ukraine noch mit reinnehmen. Nochmal, wie treffen diese Kräfte im Nahen Osten jetzt aufeinander, aus deiner Sicht? Ja, wir haben ja auf der einen Seite natürlich Israel als, manche sagen, als Außenposten der USA. Erdogan, der türkische Präsident, hat ja immer gesagt, Israel würde keine drei Tage überleben ohne die Hilfe aus den USA. Andererseits ist es so, dass die politische Elite in den USA total abhängig ist von der israelischen Lobbyorganisation IPAC, die es dort gibt. Jeder, der dort Präsident werden will, auch Robert Kennedy Jr., müssen gut Freund sein mit der IPAC, sonst werden sie nicht Präsident. Und das ist dieses Israel, dieses mehr oder minder künstliche Konstrukt wird halt eigentlich wurde es mittlerweile fast von allen Staaten akzeptiert, die da drumherum sind. Also sämtliche arabischen Führer trotz der großmäuligen Rhetorik hätten immer gewünscht, gut Freund mit Israel zu sein. Und es gab ja gerade eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel, die jetzt durch diesen Hamas-Anschlag da erstmal vereitelt wurde. Und ja, dieser Hamas-Anschlag vom 7. Oktober, da ist man ja sehr gespaltener Meinung, war das jetzt ein Inside-Job Israels oder also hat die israelische Regierung jetzt quasi das mit aufgepusht, diese Hamas, um dann ja die palästinensische Sache zu diskreditieren und die palästinensische Vertretung zu spalten. Also fast so eine false flag. Ja, false flag, aber das Wissen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv beurteilen. Da müssen wir weiter abwarten. Vieles spricht also nach der Cui Bono, also wem nützt es Logik, ist das eigentlich schlüssig, aber ich will es jetzt hier nicht behaupten. Auf jeden Fall sehen wir die Ergebnisse, dass jetzt plötzlich natürlich zum einen die arabischen Führer allesamt ganz schön hochgeschreckt werden aus ihren komfortablen Sesseln und Stellung beziehen müssen, angesichts dieser entsetzlichen humanitären Katastrophe im Gaza-Streifen doch endlich tätig zu werden. Bis jetzt haben sie es außer warmen Worten, also es wurde ja gesagt, eine rote Linie ist, wenn die palästinensischen Zivilisten in ihrem wehrlosen Zustand attackiert werden von israelischen Truppen, den Zustand, die rote Linie ist überschritten. Die ist schon 10.000 Mal überschritten. Über dem Jabilaya Flüchtlings Camp sind da also da vegetieren 115.000 heimatvertriebene Palästinenser, sind sechs Bomben niedergegangen und spätestens ab dem Punkt ist die rote Linie auch für die Hisbollah eigentlich, also jene Miliz, die im Libanon sitzt und die wiederum vernetzt ist mit Iran, ist die rote Linie überschritten. Alle schrecken noch zurück, weil natürlich, dass jetzt eine ziemliche Steigerung oder Eskalation wäre ein Wabankspiel für alle Beteiligten, also der unbekannter Ausgang des Geschehens und ja, natürlich, die Zivilisten sind die Letzten, die da von weder der einen noch der anderen Option profitieren würden. Also ein Pulverfass. Ein Pulverfass? Jawohl. Ein Pulverfass. Ich versuche es mal mit meinen Worten leicht zu skizzieren. Also die USA sind pleite, sie sehen sich in ihrer Vormachtstellung gefährdet, haben Schwierigkeiten, das Scheinbild des humanistischen und demokratischen Wertevertreten dann Weltpolizisten aufrechtzuerhalten, da haben sie riesengroße Schwierigkeiten. Die Welt wendet sich ab, ja, durch die Kooperation in solchen Organisationen wie der BRICS zum Beispiel. Ganz interessant ist ja auch, dass Saudi-Arabien dort jetzt auch mitmacht, ganz offensichtlich. Zusammen mit Iran. Ja, da wollte ich gerade noch hin, dass die jetzt quasi alle sagen, so viele Differenzen, wie wir doch wahrscheinlich so haben, aber es gibt auch etwas, was uns vereint und uns vereint, dass wir, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht mehr kuschen wollen vor dieser sterbenden Macht. Ich habe persönlich immer den Eindruck gehabt, früher hat sich da einer immer mit dem Kopf aus der Menge gewagt, was weiß ich, zum Beispiel damals Hussein, der hat gesagt, okay, ihr könnt unser Öl kaufen, aber wir hätten gern Gold, wir hätten gern keine Dollar und dann wurde der geköpft. Und das wurde dann wiederholt in Libyen, da wurde dann auch geköpft. Und jetzt habe ich den Eindruck, ganz persönlichen Eindruck, dass sich etwas entwickelt mit den BRICS, was so groß ist, was die USA vor Schwierigkeiten stellt, das auf einfachem Wege zu lösen. Durch die Sanktionen, die jetzt Russland auch durch den Westen ausgesprochen hat, haben die Russen natürlich sich auch mit diesen Handelspartnern immer stärker verbunden und selbst in Zentralafrika werden diese unter dem Verdacht stehenden französischen Marionettenregierungen durchs Militär weggeputscht. Und jetzt entsteht offensichtlich, so habe ich zumindest den Eindruck, eine Bewegung, dass alle sagen, jetzt sind so viele am Brodeln, dass die USA nicht den einzelnen Köpfen können, jetzt müssen wir mitmachen, das ist die Bewegung. Genau, das ist nämlich genau das, ich denke, beide Seiten setzen auf einen Abnutzungskrieg, möglichst viele Kriegsschauplätze aufmachen, dass die Gegenseite abgenutzt wird, aber dabei ziehen die USA den Kürzeren. Es werden von den USA ja auch ständig mit neue Schauplätze aufgemacht, es wurde versucht in Georgien ein Regime-Change zu machen, um die dann auch kriegstauglich zu machen und das Problem ist bei den BRICS-Staaten, die natürlich total in der Mehrheit sind, rein quantitativ, dass da wiederum einige Herrschaften ihr eigenes Süppchen kochen und versuchen einfach für ihr Land den größten Vorteil herauszuholen. Das gilt sowohl für Erdogan, der dauernd irgendwie Liebessignale nach Washington liefert oder nach Moskau oder nach Beijing. Das gilt genauso für Narendra Modi, den Präsidenten von Indien, der sich mal günstig was von Russland holt, dann wieder günstig von USA. Und das Verhältnis dieser BRICS-Staaten zueinander ist auch nicht unkompliziert. Das wissen wir zwischen Indien und China. Hat mich überhaupt gewundert, dass sie sich unter einem Label da versammeln. Und die USA arbeiten natürlich genau an diesen Schnittstellen, da jetzt vielleicht in Indien wieder mehr Fuß zu fassen oder vielleicht auch den Erdogan wieder mehr für sich zu gewinnen. Und es gibt noch etliche instabile Regionen und Regime, wo man was machen kann. Jetzt zum Beispiel ist demnächst Stichwahl in Argentinien. Da kandidiert ein völlig wirrköpfiger marktradikaler Milton Friedman und Hayek Schüler, der also in Argentinien den Dollar einführen will. Damit würde sozusagen wieder diese gerade geschlossene Phalanx zwischen Brasilien und Argentinien ausgebotet. Also werden Millionen fließen, um diesen Typen jetzt die Wahl gewinnen zu lassen. Das heißt, es sind überall Ungewissheiten. Das ist dann wieder Macht PR und dann an die Regierung. Da haben sie erst den Bolsonaro gehabt, die USA. Der ist ja Gott sei Dank jetzt weg. Jetzt geht das Spiel in Argentinien los. Jetzt hat Lula, der neue Präsident von Brasilien gerade eine Währungsgemeinschaft und eine koordinierte Wirtschaftspolitik beider Staaten mit dem argentinischen noch agierenden Präsidenten ausgemacht. Und das wird jetzt da wieder womöglich aufgemischt. Das heißt, wir müssen mit den dümmsten Überraschungen erleben rechnen und vor allen Dingen man muss sogar mit solchen obskuren Dingen rechnen, wie das Vietnam der NATO beitreten wird. Japan ist schon de facto eigentlich Mitglied der NATO. Japan hat schon in Jagel bei Schleswig bei dem letzten Manöver Defender 2023 mitgeübt mit Flugzeugen und da sehen wir durchaus gute Chancen für die USA. über eine NATO-Osterweiterung, eine neue NATO-Osterweiterung, Südkorea, Vietnam, Japan und Taiwan zusammenzuschmieden. Das geschieht und das heißt, da ist jede Art von Überraschung möglich. Australien zum Beispiel ist gleichzeitig in der chinesischen Freihandelszone drin, in der RCEP und andererseits aber in AUKUS, also in einem absoluten Bündnis zwischen USA, Großbritannien und Australien. Und das sind alles so Unwägbarkeiten, da kommt es ein bisschen darauf an, matter of time. Wie viele Sekunden warten die Chinesen ab, handlungslos, wenn Taiwan in die NATO geht? Ja, das hängt ein bisschen vom Eigeninteresse ab. Sie bauen ja ihre Positionen im südchinesischen Meer auf, sie bauen sogar künstliche Inseln, um dort etwas näher dran zu sein. Ja, ob das, das werden wir sehen. Also ich meine, auch China agiert nicht immer weiser. Also ich war selber viel auch in Südostasien und sonderlich freundlich sind die Empfindungen gegenüber China dort nicht, weil China so übermächtig ist und auch bis jetzt ziemlich wurschtig und ignorant dort seine Interessen vertritt. Ja, die Frage war dahingehend, wenn Taiwan Mitglied der NATO wird, aufgrund der geografischen Geschichte, kommt mir sofort diese Geschichte mit Kuba und den Atomwaffen sowjetischen Atomwaffen quasi vor der Küste der USA in Blick und alles, was du jetzt skizziert hast, macht mir ein kleines bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, sogar ein großes bisschen Angst, weil es geht ja in diese Richtung und diese Machtblöcke werden immer mehr in Stellung gebracht, immer weniger Pufferzone bleibt übrig, irgendwann muss entweder Gehirn vom Himmel fallen oder es sind Bomben. Ja, oder die USA implodiert. Die USA hat ja viele Merkmale des endenden Römischen Reiches, also eine maßlose Dekadenz, eine innere Spaltung, sodass selbst in der US-Regierung Planspiele gemacht werden, falls Texas sich abtrennen sollte von den Vereinigten Staaten, was dann zu tun ist. Die völlige Überbetonung des militärischen Bereiches und während die Leute in Zeltstädten vegetieren in den USA, die Unverträglichkeit der verschiedenen Bundesstaaten, wir haben ja quasi mit den Südstaaten und den Nordstaaten, das wird ja jetzt gerade wieder richtig akut, das ist ja ähnlich wie hier mit Ostdeutschland und Westdeutschland, das heißt, da sind so viele Spannungspotenziale und noch etwas macht mir ein bisschen Hoffnung, schon Obama wurde von Militärexperten ein Papier auf den Tisch gelegt, wo geschrieben wurde, wir haben noch nie so viel Geld ausgegeben für Rüstung wie heute und wir haben noch nie so viel Kriegsgerät gehabt, aber wir haben noch nie so wenig Kriegsgerät gehabt, was aktuell einsatzfähig ist. Dazu kommt auch noch, dass die USA mit ihrer Adiposität eigentlich nicht mehr genug Soldaten, das hat auch letztens eine Studie ergeben, nur noch 40% der wehrfähigen Amerikaner oder der in dem Alter befindlichen Soldaten, jungen Leute, sind überhaupt noch wehrtüchtig, weil sie entweder die kognitiven Fähigkeiten nicht mehr aufbringen oder einfach zu dick sind. Ja gut, ich sage es mal, im Römischen Reich hieß das ja Brot und Spiele, in den USA heißt es jetzt Genfood und Netflix. Ja, genau. Und wie kann das eigentlich sein, dass so viel Geld in Brüstung gesteckt wird? Ja. Nicht nur in den USA, bei uns fliegt ja auch kein Hubschrauber. Ist das auch so ein Geschäftsmodell innerhalb dieses Bombengeschäfts namens Obsoleszenz? Das Problem ist, dass es ja da auch keine Ausschreibungen mehr gibt. In den seltensten Fällen gibt es noch richtig, das wurde auch in diesem Papier für Obama damals schon moniert, es gibt keine richtigen Ausschreibungen, nicht mehr der Beste wird genommen, sondern es ist zum Teil ein politischer Kompromiss. Also meinetwegen ein Rüstungsauftrag, damit die Senatoren alle zustimmen und die Kongressabgeordnete im Repräsentantenhaus muss eigentlich für jeden Bundesstaat ein Stückchen abfallen, sonst kann der nicht zustimmen, weil dann muss er seinen Leuten sagen, wir haben jetzt für unseren Staat wieder so und so viele Arbeitsplätze geschaffen. Das heißt, hier ist schon lange nicht mehr das Prinzip der besten Anbieter, wie es ja angeblich, wie es in dem Narrativ des Kapitalismus immer so erzählt wird, sondern eigentlich nur ein fauler politischer Kompromiss, der mit Qualität der gelieferten Ware nichts mehr zu tun hat. Und wir sind in Deutschland glaube ich auch schon in dieser Hinsicht ziemlich weit gekommen. Ach weißt du Hermann, eigentlich ist es mir auch recht. Die sollen so viel Geld ausgeben für Waffen, die nicht funktionieren, Hauptsache dieses Finanzsystem wird irgendwann mal bereinigt und auf die Füße gestellt und es müssen keine Menschen sterben. Ja, das ist natürlich so, das Geld fehlt natürlich den Rentnern, die jetzt da in den Mülleimern rumstochern, um Leergut zu sammeln. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das Finanzsystem ist eh nicht mehr zu retten. Die Frage ist nur, wie lange es noch am Leben gehalten wird, bevor es umfällt. Lieber dann früher und dann schneller wieder die Ordnung. ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, aber Kollateralschäden sind jetzt schon entsetzlich. Ja, natürlich. Lass uns bitte, nachdem wir im Prinzip das große Bild gezeichnet haben, auch mit den Parallelen, das ist quasi um eine komplette Machtverschiebung, einerseits gewünscht der Griff nach Eurasien, den du schon 2019 beschrieben hast, andererseits jetzt aber diese große erkennbare, für mich erkennbare Entwicklung, sich dem zu widersetzen, Kräfte wie Briggs und so weiter sein genannt. Es wird enger. Es wird immer enger. Israel hast du genannt als Vorposten der USA. Lass uns bitte zum Schluss noch ein paar Worte über Deutschland sprechen. Denn die Frage ist jetzt natürlich einerseits hatten wir über die Staatsräson gesprochen. Jawohl. Haben wir die gewählt? Ist uns die aufdoktoriert worden? Gab es da jemals eine Abstimmung? Wie muss ich das verstehen? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass das jetzt ein ganz, ganz heißes Eisen ist, diese Staatsräson. Und wir Deutschen ja mit mit unserer Geschichte auch leicht mundtot gemacht werden können. So nach dem Motto, es gibt da jemanden, den darfst du nicht kritisieren, auch wenn der vielleicht möglicherweise einem Völkermord auch beteiligt ist. Dürfen wir einen Freund, der uns da so gesetzt gilt, dürfen wir den kritisieren, wenn er Fehler macht? Ja, es geht jetzt konkret um Israel wahrscheinlich und dass Israel beansprucht sozusagen der Erbe der Opfer der Gräuel des Naziregimes zu sein und dass man von daher, weil Deutschland ja sozusagen dieses furchtbaren Verbrechen begangen hat, wir jetzt keine Kritik an den Rechtsnachfolgern üben dürfen. Das, denke ich mal, ist sicher nicht der Fall. Man darf auch an Freunden Kritik üben. Man darf auch, denke ich, sagen, was ihr da jetzt gerade macht im Gaza-Streifen ist ein Verbrechen, ein Völkermord. Da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Und eine spanische Politikerin hat ja bereits gefordert, Netanjahu vor den internationalen Kriegsgerichtshof zu bringen. Vor allen Dingen sprechen wir für die israelische Bevölkerung auch. Hat der Netanjahu noch einen zweiten Pass, den US-amerikanischen, um sich davor zu schützen? Vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls, mein Gott, wir sind solidarisch mit den Israelis, die auf die Straße gehen und sagen hier, nicht in unserem Namen. Wir sind solidarisch mit den Juden in den USA und England, die sagen, Schluss jetzt nicht in unserem Namen. Weißt du, eigentlich müssen wir mal diesen, also auch rhetorischen Gedankensprung machen, endlich mal zwischen dem Volk und einer Regierung zu unterscheiden. Ja. Weil es ist ein Verbrechen, egal welcher Zivilist, von welcher Regierung, von welchem Militär oder wie auch immer umgebracht wird. Ich will endlich mal raus aus dieser Gottesstaaten Denkerei, sei es, wenn es einem solchen oder solchen oder solchen Glauben folgt. Ich will raus aus dem Thema, alle Israelis sind gleich so oder alle Araber sind gleich so. Ich sag's mal ganz. Sondern das ist alles für mich inhuman. Und was ich mir wünsche, und ich bin ja auch mit der deutschen Regierung in vielem überhaupt nicht einverstanden und will auch gar nicht mit denen rhetorisch in einen Topf geworfen werden. Ihr Deutschen macht ja das und das. Dann sag ich ich nicht. Nicht in meinem Namen. Also um das ganz klar zu sagen, wir müssen unterscheiden, wir dürfen uns nicht zulassen, dass die Juden, dass das israelische Volk in rhetorische Geiselhaft genommen wird von einer rechtsradikalen Clique, die schon lange keine demokratische Legitimation mehr hat. Also du sprichst von einer Regierung? Eine Netanjahu, die Netanjahu Regierung, die auch, wo schon längst die Mehrheit der Israelis sagt, die sind jetzt reif für den Rücktritt. Wie könnte denn dann so eine Lösung aussehen? Also ich sage jetzt mal, wir haben ja gesehen jetzt hier in den 90er Jahren, wie Jugoslawien zerfallen ist und plötzlich alle möglichen Leute aufeinander eingedroschen haben und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Bosnien lebe, mein Vater ist aber Kroate und meine Mutter ist Serbien, für wen kämpfe ich denn jetzt? Was soll da schwach sein? Ja, völlig absurd, weil genau in dieser Ethnisierung von politischen Vorgängen liegt ja die Ursache für Mord und Faschismus, weil das ist doch eine rein zufällige Sache, ob jetzt jemand Serbe oder Kroate ist und es ist im Grunde, habe ich dort auch gehört in Montenegro und so weiter, dass die Leute sagen, wir sind doch ein Volk, was soll das? Warum sollen wir uns dann kloppen? Es gibt doch auch andere Vielvölkerstaaten, wo es klappt. Ja, die Schweiz, da ist es natürlich schön untermauert von Wohlstand für alle, da geht es allen gut, den Italienern, den Retoromanen, den Deutschen, den Franzosen, genau, das gibt es doch und natürlich, das wird immer künstlich, also da wird daran gearbeitet, das hat Brezhinski doch schon gesagt im großen Schachfeld. Ja, aber das sind ja die Machtinstressen, das hat ja nichts mit den Menschen zu tun. Ja, eben. Wie könnte dann so eine Lösung aussehen? Wie könnte so eine Lösung zum Beispiel im Nahen Osten aussehen? Also sagen wir mal in diesen heiligen Gebieten. Können die sich nicht einfach die heiligen Städten teilen und endlich mal fair miteinander umgehen, unabhängig von der Religion? Ja, das tun sie ja auch. Also dann darf ja Freitagnachmittags von 15 bis 16 Uhr dürfen die Palästinenser rein in einen heiligen Ort und dann von 18 bis 19 Uhr die Juden. Das wurde, selbst das, diese Sakrosanken Vereinbarungen wurden ja schon von einigen israelischen Regierungschefs unter anderem den jetzt Amtierenden durchbrochen. Und dann wird ja auch gesagt, die Moschee müssen wir abreißen. Das sind so Sachen, die bewusst dann provozieren sollen, die Leute bis zur Weißglut bringen sollen. Also im Prinzip ist das Übel dieser Welt vielleicht sogar so, wir hatten das gesagt, mit diesem Religion ist das Opium des Volkes. Das war ein gewisser Karl Marx. Genau. In Wirklichkeit werden überall Gottesstaaten, die werden zwar nicht so genannt, aber errichtet, sei es die Religion oder sei es eine Weltanschauung, Gottesstaat mit dieser, wie heißt sie, regelbasierte Ordnung, die wurde uns ja auch von irgendwoher gegeben und daran müssen wir jetzt glauben. Genauso wie zum Beispiel in Deutschland wird ja immer wieder dieses Wort gebraucht, dieser freiheitlich demokratischen Grundordnung. Ich weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Ich habe gedacht, das Grundgesetz gilt hier oder vielleicht Menschenrechte. Und dann vergleicht man natürlich die letzten zwei, drei Jahre auch unter den Corona-Demos, dass diese freiheitlich-demokratische Grundordnung selbst von unseren Justiz- und Vollstreckungsverantwortlichen mit Füßen getreten wird. sprichwörtlich werden die Demonstranten, die ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung und ihre Ansprüche ausleben, mit Polizeifüßen getreten. Und da fragst du dich, wie kriegt man hier Ordnung rein? Vielleicht darf ich dir das Schlusswort überlassen, weil das ist ein bisschen ernüchternd natürlich, was wir jetzt alles so beschrieben haben. Schlusswort vielleicht, was erwartest du im schlechtesten Fall, was erwartest du im besten Fall und was kann eigentlich der Einzelne da tun? Aber nur, also im schlechtesten Fall, das war eigentlich schon die Überschrift, wenn hier alles durcheinander geht, sind wir im dritten Weltkrieg. Na, das wollen wir nicht. Ja, es kann eben passieren, ganz klar, wenn die USA merken, sie können nicht mehr mit ihren konventionellen Mitteln, vielleicht auch nicht mehr mit ihren Intrigen, ihren Palastrevolten, die die Welt in Schach halten, dann bleibt ihnen vielleicht nur noch die Atomwaffe. Das ist der Worst Case. Aber natürlich, es kann eben auch eine geläuterte Weltordnung dabei herauskommen, in der, wie bei den Checks and Balances, die verschiedenen Mächte sich gegenseitig in Schach halten und dadurch auch, ja, auch wieder mehr Gerechtigkeit aufkommen kann. Was unbedingt sein muss, dass niemand mehr auf Politiker sich vertraut oder irgendwie denkt, dass er jetzt, dass ein Wunderheiler kommt, wie auch immer, oder eine neue Partei bringt jetzt hier irgendwie die Heilung oder irgendeine Person, irgendeinen Typ, der sich selber gut vermarktet. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung kann nur darin bestehen, was 2020 so erkennbar wurde. Wir müssen uns alle selber organisieren und wir müssen selber, wir müssen einander zuhören und nicht sich spalten. Wir dürfen uns nicht spalten lassen von oben her und müssen auch unsere alltäglichen Interessen vertreten, selber in Angriff nehmen, selber anpacken. Das geht von der Essensbeschaffung bis zur Veränderung des Geldverkehrs und bis hin zur Wissensentwicklung. Ich fordere immer wieder dazu auf, seit 2014, dass wir Stiftungen auch aufmachen, die außer universitäre Bildung und Forschung fördern. Nur dass wir auf uns selber setzen und nicht auf irgendwelche Wunderheiler. Das ist, glaube ich, die entscheidende Botschaft. Die Souveränität Deutschlands, lassen wir jetzt hinten runterfallen, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir und wichtig ist nur eins, das hier soll eigentlich Bildungsfernsehen sein. Wir wollen absichtlich nicht das wiederkeulen, was ihr schon tausendfach bei ARD und ZDF gehört habt. Wenn euch das weitergebracht hat, dann abonniert uns und wenn ihr Fragen habt an den Hermann Plopper, schreibt die in die Kommentare. Ja, und wir laden ihn auch gerne wieder ein, weil ich denke, wir kriegen es heute nicht eingepackt, das große Thema in diese eine Stunde 20. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir, lieber Hermann. Danke auch für das Gespräch. Vielen Dank.